Mein Bild vom Osten, das sind tiefe Wälder, röhrende Hirsche auf einer Waldlichtung, das sind volksfeste, ausgelassene Stimmungen, fröhliche Menschen und das sind viele, viele blühende Landschaften. Das sind zumindest die Bilder, die Falk Haberkorn und ich in vier verschiedenen ostdeutschen Archiven gefunden haben, kommunalen Archiven, und die genau die Zeit dokumentieren, 9094, also die Zeit des heftigen Strukturwandels, der Zeit der Treuhandjahre, der Abwicklung vieler tausender Betriebe. Und Falk Haberkorn und ich fragen uns, warum sind es genau diese Bilder, die damals abgelegt wurden? Und wir befragten einen Archivar und er sagte, es gibt offenbar eine Überlieferungslücke aus der Zeit 9094 und wir fragen uns, warum ist das so?